Hey ChatGPT, sag mir drei Gründe, warum Kultur- und Kreativschaffende zur Kühltür 2024 kommen sollen. Die Culture 2024 ist die Gelegenheit, sich mit den Chancen und Herausforderungen von KI im Kreativsektor auseinanderzusetzen. Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes, Panel-Diskussionen und vielseitige Beispiele. Gäste und Speaker können sich vernetzen und so das eigene Schaffen zukunftssicher gestalten. Es ist ein Tag geballte Know-how und Expertise zum Thema KI in den verschiedenen Kunstdisziplinen. 30 Speakerinnen und Speaker aus Praxis, Politik, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung und Wissenschaft. Die rasante Entwicklung fordert uns alle. Wie gehen wir damit um? Was ist sinnvoll? Was wünschenswert? Diese Plattform ist für Sie, für Euch. Nutzt sie. Ich freue mich darauf, Sie im Kongresscenter Basel zu sehen. Hey Siri, trag mir den 5. November in die Agenda ein.